Zwei Tomate Ich wollte mal ganz kurz was dazu sagen, bevor wir abgedriftet sind, zu Prinz von unserem Wunder mit eurer Kabel-1-Sendung, ne? Wo du meintest, du bist jetzt auch im Fernsehen und so. Ich hab heute, kennst du Day9? Den Streamer, beziehungsweise den Moderator, der hat, guckst du manchmal diese E3-PKs? So Xbox. Ja. Ne? Jedes Jahr zur E3 gibt's da diese PKs. Und da gibt's einmal Xbox, Playstation, Nintendo und so und dann gibt's die PC-Gaming-Show. Die guck ich leider nie. Ja gut, aber... Jedes Jahr, die Katastrophenschleid hin sein soll. Weil alle die hassen und alle sagen immer so, wenn du was... Also auch in meinem Stream gucken ja auch immer dann so 200 Leute zu und sind dann so, jo, alle PKs gucken und dann bei Gaming sind alle so... Okay, also auf jeden Fall, Day9 moderiert diese PC-Gaming-Show. Ja. Und ist halt auch an sich Gaming-Streamer und so weiter. Ja. Und ich... Ich find ihn eigentlich, er ist so ein bisschen edgy, so manche Leute haben halt nicht so gute Meinungen über ihn, er eckt hier und da mal an, aber ist auf jeden Fall so ein unterhaltsamer Dude. Ist er so edgy wie JP-Perform? Das ist doch cool, die ja. Wir haben letzte Folge auch schon... Was ist denn das? Wieso taucht hier JP immer wieder auf? Ich versteh das nicht. Der wird doch irgendwie geplagt. Der Feind ist einfach. Das ist doch irgendwo... Wir machen auch noch Werbung für den den ganzen Tag. Jetzt die ganzen Kids zu Hause. Nee, machen wir nicht. Der meint JP, wir hören die Zigaretten. JP-Performance. Oh, ist ja voll geil, der fährt ja schnelle Autos. Und dann sind die weg, bei uns. Und dann will Rewe nicht mehr mit uns verpartnert sein. Und auch nicht Fritz Cola. Und auch nicht... Wen hatten wir noch? Autos. Autos. Matza. Matza, ruf mich an. Matza. Ruf mich an, Matza. Ruf mich an. Nee, auf jeden Fall hat der... Mir sind die Schuppen aus dem Arschloch gekrochen, als ich das gesehen hab. Der ist nämlich Magic-Spieler. Der streamt viel Magic. Magic kennst du. Magic Legends ist Kartenspiel. Das Kartrading-Game. Und dann hat der anscheinend gerade einen Werbespot gedreht. Mit... Und das wird dich aber auch, glaube ich, zumindest ein bisschen erschüttern. Aber auch positiv vielleicht. Mit Patton Oswald. Der, ne? Viele kennen ihn vielleicht von King of Queens. Und so. Der Postbote, ne? Nee, warte mal, was? Nee, 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 das war... Irgendwo anders hat er einen Postboten gespielt. Ist ja auch egal. Patton Oswald. Googles. Und dann noch, wie heißt der, dieser Trabajo. Dieser, der Machete gespielt hat. Wie heißt der? Äh, Danny Trejo. Danny Trejo. Trejo. Und mit den beiden hat er einen Spot gedreht. Für Legend. Aber schon ein gutes Line-Up, Alter. Das ist ein mega Line-Up. Und das Geilste daran ist, ich meine, irgendwelche Schauspieler, irgendwelche bekannten Schauspieler irgendwo in den Spot werfen, das kann jeder. Aber was die gemacht haben ist, die sind in der WG, wohnen die. Und, äh, und, und, äh, wie heißt der? Danny Trejo? Danny Trejo. Danny? Danny Trejo. Danny. Danny ist richtig. Danny ist so der Typ, der so die, die, ähm, diese Langspiel-Decks baut, ne? Der sagt immer, du musst cool bleiben, na, du musst die, du musst die großen Karten spielen, ne? Du musst einfach Geduld zeigen. Und Patton ist immer so, na, du musst aggressiv spielen, du musst die roten Decks machen. Und die haben halt diesen, diesen Fachjargon drauf, ne? Die, die ballern immer zu mit diesen Fachkartenbegriffen und du musst den Goblin umzuspielen. Und das machen die so gut, das ist einfach, das ist eine der besten Werbungen, die ich je gesehen habe in diesem Kontext, weißt du, von Leuten, von Namen, von, 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 von wichtigen, großen Schauspielern, die man nimmt und denen man aber dann dieses Gaming-Ding gibt und sagt, das lernst du aber bitte so, dass es auch rüberkommt, als wenn du es kennst. Ja, klar. Und dann ist es so, wer wäscht ab in der WG und dann muss der abwaschen und dann kommt Patton von hinten und sagt, guck mal, guck, Zug zwei das, Zug drei das und schon habe ich gewonnen, guck, hä, was ist denn? Und dann, oh Gott, ich habe wirklich, ich habe geweint, weil das so gut war. Ich muss wirklich fette, fette Props, guck, ihr könnt es mal nachgooglen jetzt, wenn ihr gerade Zeit habt. Das gucke ich mir auf jeden Fall angucken, das klingt großartig. Day 9 und ich würde mir das auch geben als Serie, weil das so, und dann dieser liebe Danny, der in dieser WG sitzt und immer so, nein, mach doch ruhig, ja mach Zen, ohm, ohm, das ist so, oh Gott, es ist mega. Also wirklich grandios, muss ich, also. Sehr schön. Möchte ich auch gerne mal machen, wenn ich mal groß bin. Vielleicht produziert man das auch mal, vielleicht mit deinem Vater und, wenn, vielleicht, wenn, äh, Jens Spahn irgendwann nicht mehr. Matze Knob und Jens Spahn. Matze Knob und Jens Spahn in der WG mit Rockstar. Mit Haarston dann. Du musst ein Agrodeck spielen. Du musst ein deutsches Kartenspiel, Mau Mau dann. Ja, jetzt, Jens Spahn, Fischkopf und Matze Knob machen Werbung für Mau Mau. Oh, lol. Und dann, Kanasta. Kanasta ist ein geiles Spiel, ja. Tamay, du, wir hören dich nicht, wenn du nicht ins Mikrofon sprichst, du musst bitte mal, jetzt kommt der Gag. Man hört mich ja wohl. Kanasta ist ein geiles Spiel, hab ich gesagt. Ich sag X gegen Kanasta. Entschuldigung, ich spiel das wirklich gern. Ich krieg immer einen Stromschlag, wenn ich hier zurückkomme. Hab ich jetzt? Als Strafe, weil du gemein bist. Ich bin ein Arschloch, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020